Hey Leute, in diesem Video für erstmal wie man in Word eigentlich den Zeilenabstand von einzelnen Absätzen aber auch vom ganzen Dokument ändern und somit auch richtig einstellen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst machen wir es mal bei einem bestimmten Absatz oder zum Beispiel auch wenn man das Ganze in eine Tabelle oder in einem Textfeld ändern möchte. Hierfür muss man den entsprechenden Bereich nämlich einfach einmal markieren. Anschließend schauen wir bei Start Absatz einmal hier drauf auf Zeilen und Absatzabstand. Da kann ich jetzt einmal draufklicken und wir sehen auch schon verschiedene Zahlen und wenn ich da jetzt mit meiner Maus einmal drüber gehe, dann wird der Abstand von meinen Zeilen auch schon dementsprechend geändert. Ich möchte jetzt mal 2,0 haben, weswegen ich hier einfach draufklicke. Falls dir die vorher gestellten Abstände nicht passen, kannst du das Ganze natürlich auch noch etwas detaillierter machen. Hierfür wieder dementsprechend auf Zeilen und Absatzabstand draufklicken, dann hier unten auf die Zeilenabstandsoptionen und anschließend können wir hier unten nämlich bei Zeilenabstand einmal genau eingeben und hier rechts drüben die entsprechenden Punkte eingeben. Hier unten ist übrigens auch noch eine Vorschau, wo man das Ganze jetzt sieht, wie sich der Abstand dementsprechend verändert und wenn du dir sicher bist, dann einfach mal auf OK draufklicken und schon ist der Zeilenabstand bei einem einzelnen Absatz richtig eingestellt. Wenn du es jetzt nicht nur bei einem Absatz, sondern beim ganzen Dokument einstellen möchtest, dann müssen wir ebenfalls wieder oben auf Start, Absatz und hier rechts unten ist so ein kleiner Pfeil, wo wir einmal die Absatzeinstellungen anklicken können. Anschließend sehen wir hier unten wieder den Zeilenabstand, genau hier kann ich wieder dementsprechend das Ganze einstellen. Ich mache mal 14 Punkte, klicke hier auf OK drauf und wir sehen jetzt im Moment ist nur hier der obere Teil wieder, den wo ich markiert habe, eingestellt worden. Aber wir können nämlich bei den Formatvorlagen hier oben einmal bei Standard, also Standard ist die Formatvorlage für eigentlich alles, was man in seinem Dokument drinnen schreibt, einmal in der Rechtsklick mit der Maus drauf machen, Standard aktualisieren, um der Auswahl zu entsprechen. Und schon hat sich jetzt nämlich auch der Zeilenabstand im ganzen Dokument dementsprechend angepasst. Und somit haben wir auch die Zeilenabstände in Word schon richtig abgeändert. Wenn du dir übrigens das derzeit beliebteste PC-Zubehör im Internet einmal anschauen und vielleicht auch etwas davon zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon zu den beliebtesten PC-Zubehörprodukten. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.